willkommen zurück zu tiny troopers so wie immer geht es erstmal hierhin 2000 bräuchte für die nächste stufe ich überlege bloß gerade ob wir vielleicht hier auch langsam investieren sollten 1000 dafür kriegt er erst mal die volle pistole und jetzt müssen wir das aussehen anpaß vielleicht können wir hier unseren charakter auch mal wieder abändern es sieht so scheiße aus was würde denn hier gut passen nein verdammt ich wollte doch eigentlich ihn hier noch ein bisschen ändern gut aussehender truppe erhalten okay nein ach jetzt habe ich den so jetzt aber passt glaube ich ganz gut zu kit so sehr gut ab in die zweite mission aggressive rekrutierung strategie helly berry hat die reisepässe seiner gastarbeiter beschlagnahmt und weigert sich von der baustelle einer gaspipeline gehen zu lassen und weigert nicht sie von der baustelle einer gaspipeline gehen zu lassen die rechte der arbeiter werden ignoriert also hat uns die uno darum gebeten dieses problem zu lösen hm worauf sich das wohl so ein bisschen bezieht weil das ist ein hr streit ach drohen es scheint dass die halle berry industrie ist ein bisschen aggressiv mit ihrem rekrutierung und haben angefangen mit ihren arbeitern damit sie nicht die 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 passwichter gut passwichter gut wir helfen euch oder dir wir haben ein unschuldiges Huhn ermordet nooo wo wir machen das machen wir machen wir die die das das eine die die das Wir haben einen Arbeiter verloren. 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 Gut. Wo ist denn unser Team? Ach da. Da würde ich sagen. Obwohl wir könnten ja nochmal hier probieren. Ich wüsste nicht mal wie man das schaffen soll. Ach ich kann es. Muss ich die erst alle wieder vernichten oder wird? Wie soll man das denn wirklich schaffen? Zumindest sehe ich aber auch keins mehr. Gut. Dann war es das wieder für diese Folge Spitze. Ich bedanke mich und bis denne.